Hallo, Deutsch, Mittelstufe 1, Lektion 44, Futur 2. Heute machen wir noch zum Abschluss unseren kleinen Vokabeltest. Zuerst Nummer 1, folgend. Folgend, also de-hung, das ist dann unser Partizip 1. Hallo, Lektion 45, ist so. Die folgende Lektion, also de-hung, die folgende Lektion, da-me, o-nun, Lektion. Nummer 2, komplett, das ist dann 100% ganz oder wanzhoni, wanzhonhada. Nummer 3, sich erholen, sagt yok sich, ich erhole mich, die Wirtschaft erholt sich, erholt sich, erholt sich, erholt sich, erholt sich. Nummer 4, die Grammatik, das müssen wir lernen, 우리가 erholt sich, die Grammatik. Mund법입니다, Mund법. Nummer 5, enthalten, jobduza ent, 그래서, pull-in은 못하고, 과거형 할 때는, blablabla ist enthalten, etwas hat enthalten, etwas ist enthalten, sudung-te, 과거형, da, gehen und ansumnida. enthalten bedeutet, poham, poham, hada. kimchi enthält, also er, sie, es hält, halt noch erholt, kimchi, er, sie, es, enthält, gemüse und chili. Dann wieder umgekehrt, pak chang hada, kuge mandulda, das ist auf Deutsch, ar-vaitan, ar-vaitan, i, i, a, n, umzeln은 항상 발음 조심하시고, ar-vaitaren, yorin은 알아서, n은 놓으면 절대로 안됩니다. ar-vaitaren은 통 안할거에요. ar-vaitan, i, an, an, i 발음이 너무 힘들면, 포기하지 말고, i, i, a 부분 그냥 무시하시고, 대신에 a 발음하면 돼, ar-vaitan, ar-vaitan, 오히려 이렇게 하면 잘 통할거에요. 유명한 부모님도 마찬가지로, di el-tan인데, 힘들면, di el-tan, 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 이렇게 말해도, ok. 분만 아니라 할 때, nicht nur a, sondern auch b, 이 선단도 마찬가지로, 힘들면, 선단, 그냥, 선-단으로 만들면 완벽해요. 그래도 할 수 있으면, ar-n, 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 이 살짝, r-발음 조금 연습하면 멋지겠죠. 단, 됐대로, 가끔씩, 좀 우리가 아마, manchmal 배웠죠. manchmal 드린 게 ich bia, manchmal fahre ich nach sol. 다른 단어는, ab-und-zu, 라는 표현입니다. ab-und-zu, also ab-zu-는, 여기는 위-min은 생각 안하시로 됩니다. 위-min이 없기 때문에 하나의 정해진 표현대로로 외우면 됩니다. und unser Buch hat lektionen, andere Bücher haben ein Kapitel, also 영어, chapter, auf Deutsch, das Kapitel입니다. Nummer vier, henneda, 달성하다, das ist, schaffen, ich schaffe, du schaffst, er, sie, es schafft, mira, ich habe es geschafft, kürzig, so kindongsa. 마지막, 확실이, das ist dann, sicherlich, sicherlich. 물론, har-run 확실이, domani, 이게죠? bestimmt, bestimmt. 종이 진약이 보다는, 확실이, ich kann das bestimmt schaffen, ich werde das bestimmt schaffen, oder? ich werde das sicherlich schaffen, sicherlich. Das war's für heute. Hoffentlich habt ihr auch diesmal alles richtig gemacht. Dann noch viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns wieder bei Lektion 45, Partizip 1. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.